Oh, der f... Kommt der Pädobär? Kommt! Jawoll! Jetzt ist es ein Erro! Na dann mach ruhig die Musik läuft! Hi Leute! Hallo! Ich hör keine Musik! Der Pädobär da hinten! Der Pädobär kommt! Lauf nicht mit! Nein! Der hat mich schnell genommen, ey! Oh nein! Oh, der zweite Pädobär! Oh Gott! Nein! Oh Gott! Ich hab leider echt keine Musik mehr! Ich hab die Musik auch nicht, aber ist ganz gut so! Nein! Nein! Oh mein Gott! Er erwischt mich jetzt! Er erwischt mich jetzt! Oh nein! Kann man die Sicht ändern, Leute? Nein, kannst du nicht! Nein! Aber ich hab leider keine Musik mehr! Das ist sehr schade! Oh nein! Ja, der hat mit dem Pädobär getanzt, hat er doch! Ich wischt der nicht! Ich hab leider keine Musik gesehen! Ich hab leider keine Musik gesehen! Du musst im Nachhinein runterlegen! Genau! Einfach im Nachhinein runterlegen! Er kommt da! Er kommt! Oh nein! Oh nein! Und ich dachte immer, als Kind kann man bei Auge zu Mund auf bedenkenlos mitspielen! Oh Gott! Da kommt der nächste! Der zweite Star! Alter! Manus, geh hier weg! Manus! Ich hab nämlich geraped statt hier! Dieses Jahr auch mal mit Frauen, ne! Mit Mädchen! Dieses Jahr mit Mädchen! Wer ist denn der Erro? Oh, er kommt nach rechts! Lauft, lauft! Oh man, es wird geraped! Ich guck nur zu, ey! Oh nein, geh weg! Oh nein! Scheiß auf Zivilcourage, ey! Nefi, da hinter dir lauf! Ich tanze hier mit zwei Bären! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Was? Ich tanze... Ich tanze da mit zwei Ich tanze mit zwei Dann kommen noch zwei von hinten Das ist ja ein bisschen too much, ey! Ja, das ist echt so! Ja, zwei Stück auf einmal! Das hat hier schon mit zwei zu tun! Da kommt er wieder! Er holt sich gleich Manus, ey! Oh nein! Oh, komm dran, ist der Nächste! Geh runter von mir! Geh runter von mir, du Arsch! Wir spielen leider immer noch die Version ohne Animativ! Ich spiel sogar Special Feature ohne Musik! Immer Arsch an der Wand, Leute! Arsch an der Wand! Aber dann musst du den Mund auch zulassen, Nefi! Okay! Oh mein Gott, ey! Du wärst am Kiten, ey! Na! Vor dich kennst du! Von rechts! Von links! Oh, die Ande! Ich wollt den zu Dalu ziehen, ey! Ich hab den anderen in dein Bein gestellt! Ich hoffe, das war nicht schlimm! Die sliden so ein bisschen über Boden! Wurdest du von einem von hinten geholt, Dalu? Äh, natürlich wird da von hinten genommen! Das geht dich nicht so! Ne, weil ich hab einen so zu dir rübergehört! Privatsphäre, ey! Echt mal! Ah! Da ist er! Nein! Hinter dir, Kundra! Ah ne, vor dir! Nein! Das ist der zweite! Ey, verzieh dich, Goro! Goro, was ist Rosa und guck aufs Wasser! Nein! Nein! Oh! Oh, die stink! Hinter uns! Oh! Alter, wie der Sack zu deinem Licht! Arsche, die Junge! Manus, Achtung! Oh, Manus! Oh! Wer steht denn irgendwo in der Wandbecher, Peter? Das ist Liquid! Und Liquid wird jetzt von einem! Von einem! Von einem ist Liquid! Ja, wow, Alter! Der Typ war da, der war auf Speed, war der, äh... Ja, der war besonders geil! Ja, ich hab vorhin auch drei gekitert und ne Probleme, aber der war irgendwie ein bisschen... Ja, der wollte mehr! Der ist... Der hatte Bock, ey! Seit Liquid 12 ist mir halt auch immer zwei Euro in... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hilfe! Ihr müsst rückwärtsusehen werden, das ist doch wohl klar, wenn ihren den Arsch zeigen... A sudah! Der kam ausm Schatten! ahanahanahanahanahanahanan Ach, sagt doch als ihr Laschner müssen spründen kann! Ey, das ist ein Normales-Schwut! Oh Mann hat mich geprescht! Der ist das ein First-Purse-Schwut! Oh der Sachse! Double Penetration Sachse! Oh, Sachse! Die Zartschmerzen ist das... Oh, Liquid! Der war eng, der war... Jetzt wird's eng, Alter! Die ganze Gang will was von hier! Oh, da kommt noch einer! Er tanzt mit mir, Jungs! Was ist da los? Goro und Manus sind einfach so ein Schuten-Attackier für'n Pedoman. Oh, Manus! Manus! Die wollen nur mit dir spielen! Nimm Goro! Da ist noch einer! Shit, ey! Da kam noch einer von der Seite! Das gibt's doch nicht! Der hat dich getackelt! Da hab ich angestoßen, ey! Los, geh! Anstoß! Ja, Goro, du warst jünger wie ich, ey! Shit, ey, aber wenn du so viele auf einmal hast, du kannst ja nicht Richtung wechseln, du kriegst ja nicht irgendwo anders hingezogen, ey! Da kommt er! Na, kommt er! Hinter dir! Lauf, Anne! Du musst am Ball bleiben! Das ist so geil, Alter! Hinter dir! Lauf, Nancy! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab's beobachtet! Wer war das? Da wollte mich einer ausliefern! Hinter dir, Goro! Boah, alle drei da hinten zusammen! Alle drei zusammen! Drei Märkern! Tino ist da dran! Und eine Anne! Nee, Anne, Anne! 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 Ah, hinter uns! Alles gut! Oder du, oder Zauhokowich! Oh, oh, Nephi wird geraped! Nephi, denk dran, das Leben ist wie ein Teller-Suppe, ne? Nur, wenn du heiß bist, wird geblasen! Egal, Manus hält nicht mehr lange aus, glaub ich. Mal kurz was zum Entschluss. Guck mal, die Nef. Nef, sie sind hinter dir. Nimm die. Grants, Vorsicht, Grants. Wenn du schwach bist, legen die richtig los. Ich lock ihn mal zu dir, Kunde. Nein, gib weg, gib weg. Das ist der Teufelstrahl. Oh, Alter. Oh nein. Lauf, Kunde. Du kannst Shift drücken, Kunde, dann sprichst du. Da kamen einfach noch welche von der Seite. Das kriegst du nicht, ey. Das ist schon sieben Stück da mit ihr tanzen, ey. Den Manus hab ich übrigens getötet, weil ich den einen, der mir hinterher gelaufen ist, direkt zu ihm gewacht hab. Alle Jahre wieder, Leute. Nächstes Jahr, Weihnachten. Jede Dispenser hier. Da ist der Erste. Oh mein Gott. Jeder Daumen hoch erhöht die Chance. Ciao, Goro. Goro hat nicht aufgepasst. Oh, oh, er ist wieder hinter Manus her. Oh, erst mal nicht. Anne, Anne. Oh, Anne. Tja, wer Anus im Namen hat, muss damit rechnen, ey. Oh nein. Oh nein. Oh nein, geht weg. Geht weg. Ich will euch nicht. Das von einem Rand. Nein. Nein, 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 nein. Oh, Bodster, keine kommen. Was denn? Natürlich, das sind nur zwei. Ich hab schon ganz andere Sachen gehändelt. Oh! Das kommt davon, wenn man sie Scheider putzt, dann nennen. Die haben ein Happy Ending, ja. Jetzt gibt's noch einen kleinen Braten, ey. Für einen kleinen Entenbraten. So, an Weihnachten isst man auch gerne Enten. Und zwei mögen es ein bisschen reifer. So, Leute, lasst euch heute Abend reich beschenken. Und denkt immer dran, das größte Geschenk ist die Liebe. Goro, hinter dir! Oh Gott, er holt sich Goro, Leute. Oh Gott. Oh Gott! Was ist das? Gibt der denn Gas? Mit Anlauf entgegen geraten. Anlauf statt Gleit gehen. Oh, Neffi wurde geraped. Double Penetration bei Darn. Oh nein. Geht weg. Oh nein. Unersättlich ist der. Unersättlich, ey. Unersättlich. Die teilen sich auf. Oh, da, jetzt holen sie sich Anne. Guckt euch das Schauspiel an, ey. Anne, los, Anne! Nein! Los, Anne! Da kommen noch zwei zu Anne, ey. Wenn wir noch zwei, Anne. Sie nehmen die dich nicht wieder auf. Oh, die kriegen noch einen sechsten. Ne, der geht zu Liquid. Oh, die kriegen noch einen sechsten. Oh, jo! Der Scheiner Buster ist nicht so interessant. Ah, der kann jetzt erstmal den Tag nicht mehr aufs Klo gehen. Warte, den lock ich auch noch zu Liquid. Alter Liquid. Ich lock die zu dir, Junge. Was ist los? Ja! Letzte Runde! War ein bisschen viel, ey. Letzte Runde! Letzte Runde! Die gewinne ich! Bestes Spiel auf YouTube. Das heißt, du wirst als Erstes genommen, Anne. Ja, ich werd Erster. Der frühe Vogel entspannt den Wurm, Anne. Das ist so ein Spiel, wo man endlich mal Erster schreien kann, ey. Oh, oh! Erster! Der Pädobär schreit gleich Erster, wenn er Liquid hat, ey. Ja! Da kommt der Nächste! Vorsicht! Ey, Goro, du stehst genau vorm Tor! Goro war Erster, ey! Nee, Goro rennt hier noch, ey! Erster! Oh nein! Oh nein! Goro ist so ein richtiges Gerippe, ey! Ach, ihr habt gehört, an der Wand wollen Leute mit dem Pädobär tanzen, ne? Nein! Oh nein, da kommt der Zweite! Geht weg! Ich bleib bei Manus! Ja, ich will keiner! Den hab ich nen alten, schwachen, den... Oh, Goro, pass auf, von rechts kommt er der! Oh, da kommt der! Was? Ich bin noch ran vorbei, raus! Oh, hinter dir Seichse! Der geht zu Manus! Leute, ja, nein, alles klar! Oh, Anne hat wieder Freier! Oh, da geht noch wieder... Nein! Lauf, Goro! Oh, hab ich verloren, ey! Oh! Da kommt die ganze Bande, ey! Da kommt die ganze Bande, ey! Die ganze Bagage, meinst du? Alter, du bist aber gierig! Da kommt noch einer! Ach komm, du sch... Ah, du steht da drauf! Woah! Tanze, Goro! Ich hab mir hier! Ja! Bis zum nächsten Jahr, Leute! Wir sehen uns nächstes Jahr! Auf den dicken Sack, Leute! Tschüss! Tschüss! Tschüss!